Eine Beobachtung beim Austausch von Funktionseliten Dieses schürfende Geräusch, ein Charme Tag und Nacht, von Zehen, Fingern, Krallen, das kommt vom Kratzen, vom Klettern, vom Krabbeln derer, die da mit angehaltenem Atem hochwollen Hoch, immer höher, voll Angst, Angst, daß der sandige Hang nachgibt unter den Nägeln, so daß sie abwärts dahin, wo sie herkamen, rutschen, und zwar, je mehr sie in Panik, noch ehe die Mürbekannte bröselt, bricht, auf allem, was sie unter sich vermuten, anfangen herumzutrampeln, desto tiefer, unaufhaltsam nach unten. Eine Beobachtung beim Austausch von Funktionseliten Ein einziger Satz, in dem die Allegorie auf den Kampf in der Karriere ausgebreitet wird, wie wir sie uns bestens als Karikatur gezeichnet vorstellen können. Dieses schürfende Geräusch, ein Scharren Tag und Nacht von Zehen, Fingern, Krallen. Es beginnt mit dem, was man zu hören meint, natürlich hört man das nicht, aber Tag und Nacht, also das ganze Leben, sind bestimmt von diesem Drang nach oben. Das kommt vom Kratzen, vom Klettern, vom Krabbeln derer, die da mit angehaltenem Atem hochwollen, hoch. Hoch wollen sie aber, klettern und noch mehr kratzen und krabbeln sind eben alles andere als ein aufrechter Gang. Keine Selbsterniedrigung, die nicht gerechtfertigt wäre, um nach oben zu kommen. Immer höher, voll Angst, Angst, daß der sandige Hang nachgibt unter den Nägeln. Kein Fels, sondern Sand. Wir fühlen uns an die biblische Redewendung erinnert, man habe auf Sand gebaut. Es ist also nicht nur ein unsicherer Weg nach oben, sondern auch von außen betrachtet einer ohne einen tieferen Sinn als dem, es über andere zu schaffen. So, daß sie abwärts dahin, wo sie herkamen, rutschen. Alle kommen irgendwie von unten, denn unten fängt man an. Herkunft ist aber auch etwas Privates, eine Wurzel. Der Karrierist will seine eigentliche Herkunft verleugnen und kann es nicht ertragen, wenn er in irgendeiner Form auf sie zurückgeworfen wird. Und zwar, je mehr sie in Panik, noch ehe die Mürbekannte bröselt, bricht auf allem, was sie unter sich vermuten, anfangen herumzutrampeln, desto tiefer, unaufhaltsam. Das Stocken im Aufstieg, womöglich der Abstieg in Ansehen und Hierarchie, wird kompensiert, indem man denjenigen, den man als untergeben ansieht, schikaniert, um noch einen Rest von Machtgefühl zu behalten. nach unten. Kein Punkt, denn es kann immer noch tiefer gehen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020